Ich war schon raus! Checkt doch mal euer Spiel, Alter! Damit und herzlich willkommen zu meinem Let's Play You! Folge 8, hier war das der Stimmliebe, wie gesagt, geht weiter. Wir haben eine neue Location offenbar erreicht. Ich hab keine Ahnung, was noch kommt. Der Farbkreis ist soweit komplett. Komm mal auf grün, ist ganz angenehm. Oder blau. Ach, Englisch, ey, ich mein Englisch. Hi, kleiner Wanderer! Du siehst aus, als wärst du weit weg von zu Hause. Was machst du denn hier im Wald alleine? Das Cable Car von der Universität ist nicht in Betrieb. Der einzige Weg ist über die Berge. Das ist gefährlich. Ich, äh, würde es an deiner Stelle nicht probieren. Ich mach nur ein bisschen Feuerholz. Es wird kalt in der Nacht. In den Bergen. Sei sicher, dass du warm bist. Ich weiß nicht, was du in der Universität willst. Ich kalt im Monat, ich bekomme Feuerholz mit ihnen. In den kalten Monaten besorgt er Feuerholz für die Universität. Wir wohnen über die Entrenze. Ich behalte ein bisschen Holz in den Rücken. So, ich kalt im Monat. Ich kalt im Monat. Ich kalt im Monat. Sehr komisch. Sehr komisch, auch da. Okay, da ist er wieder. Universität da lang. Okay, ja. Aber ist das nicht Westen? Das ist der Kabelcar Wars. Okay, es geht offenbar weiter. Ich bin in einem verloren, verringen Weg. Ich fühle mich nicht näher an der Wahrheit, die ich nachher war. Nichts, wie lange du den Mönn hast. Wenn die Wahrheit in unseren Augenkern existiert, dann fühle ich, dass es vielleicht eine, die ich nicht verletzte habe. All diese Zeit, du bist allein. Und jetzt, ich bin aufgerüstet. Auf eine Reise für meine Grund. Für was? So, dass ich die Welt ein bisschen deutlich sehen kann? War nix. Sorry. Er springt natürlich mal wieder nicht. Nice, nice, nice. Schön. Wir wären schön am Ziel gewesen schon. Nein, Hugh springt mal wieder nicht. Schön. Egal. Machen wir einfach so noch weiter. So. Am Ende hat sie sich gefragt, ob das überhaupt alles wert war. Für sich und für uns. Naja. Naja. Gucken wir mal. Wäre schön, wenn wir uns auf jeden Fall nochmal treffen würden. Hier waren wir doch sogar auch schon, ne? Naja. Wenn hier das Ziel ist, naja, natürlich wieder direkt am Ziel verkackt. Was ist das denn? Ach, die kriegen jedes Mal eine andere Farbe. Das ist ja geil. Ach du Schande. Okay. Aber ein Ende noch nicht. In Sicht. Hm. Okay. Gucken wir mal. Okay, die fallen auch herunter. Schön. Auch das funktioniert. Auch das funktioniert. Äh. Hm. Okay. Soll ich da oben hin? Ja, da ist nix. Hm. Da ist er. Aber wie? Na ja, na ja klazo. Hm. Wird ja mal schöner. Ach. Und der Schlüssel ist wahrscheinlich da. Hm. Das ist aber ein merkwürdiger Weg zur Uni. Das muss man mal sagen. Ach nö. Ja, klar wird das direkt die nächste Farbe. Okay, ich muss die alle auf eine Farbe bringen halt, ne? Ah. Machen wir es mal. Nein, es darf eben nicht rot sein. Hm. Mhm. Ja. Also. Na ja gut. Was haben wir da? Ja, okay, okay. Hier. Okay, man könnte ja theoretisch erst mal Gelb wegnehmen. Dann haben wir hier ja noch so eins. Machen wir mal Gelb weg. Machen wir sicherlich alles, ne? Hm. Hm. So. Ja, da ist ja noch eins. Das heißt, wir tragen den da hin. Ich gebe dazu mal keinen Kommentar. Also wirklich überhaupt gar nicht. Das war so dämlich von mir. Und so eine Zeitverschwendung noch dazu. Ich sing mit Absicht so schief. Ah. Ich muss rot noch weg machen, aber... Mann! Da kommt noch einiges. Gefällt mir. Also. Es ist wieder so eins mit... gleiche Farbe. Nee, Digga. Wir machen alles orange einfach. Ja, nee. Zwei weiter. Noch eins. Ah! Eins nach orange. Jetzt machen wir schön hellblau an. Back. 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 Geht das jetzt auf, indem ich blau mache? Ach, fantastisch. Muss natürlich hellblau sein. Das Schöne ist, es ist nur zwei weiter. Das heißt, wir machen einfach... Müssen alles zwei weitermachen jetzt, oder was? Okay. Es muss hellblau sein. Alles hellblau, alles hellblau, alles hellblau. Na gut. Wir machen was dunkelblau. Das kommt immer nach grün. Kommt hellblau. So, dunkelblau, immer nach grün. Das macht es ja nicht unbedingt besser hier, ne? Das macht es ja echt nicht besser. Ja, so... Das war's. Hm, das ist ja belastend. Das ist ja echt belastend. So, okay. Wird nichts. Richtig. So, wie immer, sehr schön. Okay. Bingo. Oh, na klar. Ja. Auch nicht, ne? Hm. Ah, das könnte... So. Natürlich nicht. Oh, ja. Hopp, 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 hopp. Ich schaff's gar nicht so weit, ne? Weiß gar nicht. Hopp. Ja. 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 Ich hab eh. Ja. 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 Ich war schon raus. Checkt doch mal euer Spiel, Alter. Ja, gut. Dann machen wir den doch einfach nur. Grün. Nee, wir müssen sie orange machen. Wir machen sie mal gelb. Dunkelblau, dann kommen noch... Eins, zwei, drei, vier... Ach, sicherlich. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall da. Dann brauchen wir noch einen Schlüssel. So, das ist safe. Der Schlüssel ist aber wo jetzt? Ne, Schlüssel. So, da müssen wir es dann einfach anmachen dann. Den Weg zu kriegen. Ich hab's verstanden. So, wir machen es einfach. Welche Farbe hat denn der Laser da oben? Wir machen es jetzt mal so. Mit blau. Mit blau. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wir machen es, wir machen sich. Auf einmal macht das Ganze Sinn, ne? Ja. Damit haben wir auch das hier geschafft, Freunde. Und damit würde ich auch sagen, war es das wieder für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann an genau dieser Stelle hier weiter und gucken dann mal, ob wir die Uni dann irgendwann mal erreichen. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.